Moin, willkommen in Hamburg. Hinter mir seht ihr meinen Video-Adventskalender für das Jahr 2020. Nun fragt ihr euch wahrscheinlich, was gibt's da zu sehen, was soll ein Adventskalender hier bringen? Im Lauf der Zeit sammelt sich so einiges an Videoaufnahmen an, was zwar vielleicht ganz nett anzusehen ist, aber sich doch schwer in den Zusammenhang eines größeren Videos stellen lässt. Und darum möchte ich euch jeden Tag im Advent jetzt ein kürzeres Video zeigen. Und wir fangen jetzt an und öffnen das erste Türchen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.